Wir bohren mit der T6 Akku prinzipiell für unsere Stützstützen bei Stützen und Wandschalung. Leute draußen auf der Baustelle arbeiten sehr gerne damit. Wir benutzen für das Gerät meistens 16 mm Bohr, die sind passend zu den Kohlschrauben, haben, durch die Vierschneidkopf, die CX-Vorum, eine sehr hohe Performance. Auf der Baustelle, die Baustelle sind sehr gut, sie sind sehr superior als die andere, dauern viel mehr Zeit als die andere. Der Baustelle ist auch gut, weil wir auf der Baustelle nicht mit dem Baustelle in den Augen nehmen können. Wir können die Augen sehen, aber es ist nicht das gleiche. Die Baustelle der Baustelle ist, aber wenn wir mit den Baustellen vergleichen mit den Baustellen, mit den Baustellen und den Baustellen, dann wird die Baustelle in 1,5 Mal erhöht. Der Baustelle ist besser, es ist schneller, 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 es ist schneller. Die Vibration ist frei, da spürst du nichts. Das Gerät hat ein sehr gutes Handling. Es ist ein verhältnismäßiger Vibration. Es liegt gut in der Hand, es ist ausgewogen. Wie können wir das erreichen? Mit einer innovativen Brushless Drive und mit einer hohe Performance-Hammering-Machinesin. In addition, wir haben jetzt eine Chipping-Funktion und eine LED-Working-Light. Dieser neue Motor ist ein Brushless Motor. Keine Maintennung und kein Risiko für Dauertum. Der neuem Design-Hammering-Machinesin hat ein 30%. Dieses Instrument ist leicht, einfach in der Exploitation und sehr effektiv. Das funktioniert einwandfrei. Und Kraft hat auch, kannst du nichts vergleichen. Der hat Kraft ohne Ende.